Mit der Startnummer 2 freuen wir uns jetzt auf eine Kabarettistin, die zu Pulp Fiction tanzen wird. Bitte begrüßen Sie Sigrid Spörk mit ihrem Providenzer Martin Kulaneck. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also ich glaube, das verdient einen Sonderapplaus für Martin Kulaneck, der hier eindeutig die Schwerkraft besiegt hat mit der Startnummer 02. Das waren unsere Sigrid Spöck mit Martin Kuleneck. Hier bei mir jetzt das erste Jura, Alex List.